toll jetzt hat sich das hier geöffnet bei dem ich auch nicht begreife was mir das jetzt bringen soll hier ist ein watcher statuen kann ich auch nicht dekonstraten hier ist auch nichts mehr drin kein knopf zum drücken nichts um damit mache ich nur die beiden wieder zu aber das bleibt auch geschlossen oder ja das hat nur den raum hier aufgemacht ich kann den keine schilder in die hand geben keine schwerter nix es kann aber nicht sein dass hier drin nichts ist steh off the path little insects we are warning you vielleicht der nische noch aber selbst hier sehe ich nichts nichts aufgehen nichts zugehen da kann ich auch nichts durch da sagen wir so ich wüsste wie ich jederzeit hier abhauen könnte nämlich durch die älter lands das ist hier höre ich halt jede menge schleime hier kann ich nix drücken hier kann ich nix drücken hier auch nicht hier kann ich auch nichts drücken hm ja ja ich höre dich da drüben ich manche weite welcher sinn hat das was denn sinn hat das ganze hier da stehe ich nämlich hier drin vor dem geschlossenen gitter hier die Ich wüsste halt gern, wie ich das aufkriege. Ja, eine weitere Maschine wurde wachgemacht. Ganz toll. Zurück habe ich. Zurück habe ich ein Quicksafe gemacht, weil ich mich hier herausgewunden habe, was ich hier machen muss. Hm. 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 An diesen Wänden ist auch nichts so. Das muss einen Ausgang hier geben. Hm. 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 Moment mal, ich glaube, ich weiß es. Warte. Hm. Irgendwas ist hier komisch. Hm. 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 ich glaube ich glaube ich weiß okay habe so ungefähr das gefühl was ich gerade gemacht habe also doch mal laden wenn nur ein von diesen dingern da ist und dann richtig machen weil der wandtext warnt mich ja ich soll auf dem fahrt bleiben und man sieht den fahrt ja richtig also ich laufe den fahrt jetzt einmal im kreis ab also diesen fahrt hier der von den anderen kacheln hier begrenzt wird genau slug ja 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 Was haben wir da? Attack Power, Accuracy for an Equipment, a Descent Sleech. Mhm. Mhm. Toll, ihr seid magie im Mund. Level Up in Dolche. Au. Level Up in Dolche. Wow. Oh, da liegt eine Nachricht. Scroll. Und aus den Schatten kamen sie, umhüllt in Tinte und Glut. Jede nördliche Armee, die sich ihnen entgegengestellt hat, wurde auseinandergerissen. Keine Helden sind an diesem Tag gekommen. Kein Sieg für die Leute. Sie beherrschen diese Welt unabwendbar. Und sie werden es in eurer Welt genauso tun. Okay, einmal quicksafe. Und ich will gucken, wo mich das hinbringt. Nirgends. Okay. Oh, ein Drehergebiet. Aber ja, ich glaube, bevor wir uns das hier weiter anschauen. Wo auch immer uns das hinführt. Secret found. Ein Redhorn. Und ein Bloody Maul. Hier ist wohl ein Ogre drin verhungert. Ja, gut. Quicksafe. Und dann machen wir hier erstmal einen Cut. Ich brauche Nervennahrung oder sowas. Also, bis dann.